So, Linge. Linge fragt, wie lange möchte Frank noch Rosins Restaurants machen, irgendwelche andere Pläne für die Zukunft? Ja, es gibt andere Pläne für die Zukunft. Rosins Heldenküche, ein Megaprojekt, wo jungen Menschen, die in schier ausweglosen sozialen Situationen leben, geholfen wird, mit einem Job in der Spitzengastronomie die Mitte der Gesellschaft wieder zu erreichen. Das tue ich, das haben wir gemacht. Das ist ein Megaprojekt, läuft im Januar. Müsst ihr euch anschauen. Ehrlich, Herzensprojekt und mega anstrengend. Aber auch mega schön. Ja, und Rosins Restaurants wird es immer geben. Also solange die Gastronomie so aufgestellt ist, dass man ein Restaurant eröffnen kann, ohne dass man einen Job aus der Gastronomie gelernt haben muss, wird es Chaos und wird es mega fachliche und finanzielle Fiaskos geben. Und da ist so jemand wie ich, der dann hilft, einfach für die Zukunft immer gefragt. Von daher, und solange ihr, die Community, weiter am Start bleibt und uns so unterstützt und vor allem auch so einen Spaß daran habt, das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir haben ja wirklich die jüngsten der Jungen, also ihr so hier 16, 17, 18, ihr haut euch die alten Folgen rein, wo ich noch richtig bam, also wie ich so eine Pöschung durch die Küche gehe. Da habt ihr richtig Spaß dran. Ich weiß das, bleibt dran, weil das sind die, das ist the real big deal. Genau. Übrigens, Linge, deine Frage wurde 204 mal geliked. Das heißt, 204 andere Peoples von euch wollten diese Frage auch stellen. Nur mal so by the way. So, haben wir noch was? Alter, guck mal hier, geht weiter. James Dean fragt mich aus dem Jenseits. Wonach wird entschieden, welches Restaurant ihr besucht? Liebe Grüße aus Solingen. 184 Likes, die Frage. Also, die Restaurants bewerben sich bei uns mit ihren Problemen und wir gucken, wie sehr es sich auch lohnt, da noch zu helfen. Vielleicht ist ja auch, ne? Verstehst du? Von daher, Frage beantwortet? Gut. So, was haben wir denn hier noch? Justin, wollte Herr Rosin schon immer Koch werden? Oder gab es auch mal andere berufliche Träume? Ja, gab es, auf jeden Fall. Also, Friseur hätte ich vielleicht bald gewonnen. Dann, Mode hat mich immer interessiert. Ich wollte immer was mit Mode machen, fand das immer geil. Meine Oma ist nämlich Schneiderin gewesen, professionelle. Und mein Vater, Steinmetz und Bildhauer. Und von daher ist diese künstlerische Ader da, wurde nur nicht gejuckt oder rausgekitzelt, rausgekitzelt, weil mein Vater war so jemand, der immer gesagt hat, malochen, 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 aber hat mir gar nicht klar gemacht, dass es sicherlich in mir auch eine kreative Ader geben wird. Ja, und die habe ich dann selber gefunden oder Freunde haben mir dabei geholfen und so bin ich letztendlich kreativ geworden. DJ, also so Musikproduzent, wäre ich auch gerne gewesen. Ich war früher DJ in den 80ern und produziere jetzt immer noch Musik, ja, mit Michael Belliner und 6000 Media. Ja, und das ist so jetzt mein Hobby geblieben. Also Musik in der Freiseite produzieren, um einfach die Bände frei zu kriegen. Brossera fragt, ich würde gerne wissen, welche Folge Frank Rosin selbst am liebsten mag, sei es wegen dem Erlebten oder die Entwicklungskurve, die der Betrieb hingelegt hat. Also das kann ich gar nicht sagen. Ich habe keine Lieblingsfolge. Ja, es gibt schon Folgen. Also ich freue mich über die Menschen, die es nach dieser Hilfsaktion wirklich geschafft haben. Kostas zum Beispiel in Kiel. Die Folge müsst ihr euch angucken. Der hat danach dreifachen Umsatz gemacht. Ja, ich war so glücklich und es gibt schon Familie Hotzl, glaube ich auch, die auch sehr großen Erfolg danach hatten. Das Problem ist einfach, die Leute denken immer, wenn ich da war, dann ist das so wie die Prinzessin Lilifeh. Bling und dann läuft alles. Ich bin aber nur der Trainer. Den Elfmeter schießen, müssen die Gastronomen selbst. Ich denke mal drüber nach. Miri, die Kiwi. Wieso hat Frank immer den rosa Hoodie an? Weil er mega ist. What? Das ist super. Cosa rosa. Ich finde das gut, so ein bisschen Farbe. So ein bisschen flockig. Jemand im Frühling. Ich mag es, wenn die Sonne scheint und so. Oder? Oder nicht? Weiß ich nicht. Ich frage euch mal jetzt offiziell. Ist der rosa Hoodie scheiße? Schreibt es mir in die Kommentare. Mach doch mal.